Komm, machen wir mal einen zweiten Part, habe ich mir gedacht. Mein Name ist J6, wir sind am Zoo, Deutschland gewonnen 2-0 und hier ist die Hölle. Herzlich willkommen zum Part 2. Ich zeige die zwei so, weil ich ein richtiger Deutscher bin. Folgt mir auf diese Reise, meine Süßin. Wir sind hier am Zoo, Waldorf, Astreuer. Später gehe ich hoch mit zwei Escorts, genau ganz oben. Da muss der Kollege lachen auch. Ich mache Spaß, Freunde. Immer noch ein bisschen was los. Wir gehen mal ganz kurz weiter. Oder was für Deutschland, alles kann nackieren. So, wir gehen mal ein bisschen rum. Heute Diskothek draußen, nicht drin. Die Deutschen feiern müssen. Die feiern nicht, sagst du, ja? Was sollt ihr noch so machen, Alter? Deutschland fahren ist doch verboten, Mann. Da ist ein junger Mann, der macht hier ein bisschen Glas zur Seite. Was für ein aufmerksamer Typ. Stell dir mal vor, ihr müsst jetzt arbeiten mit dem Typen hier, mit dem Wagen. Und die hupen überall rum so. Ja, so langsam ist jetzt auch Ruhe hier. Nicht mehr so viel. Ihr habt es gehört gerade, die Kollegen sagten, Deutschland freut sich nicht so sehr. Es müsste sich viel mehr freuen. Die Meinung habe ich auch. Deutschland hat sich seit Jahren nicht mehr gefreut. Ich müsste mal ein bisschen mehr die Sau rauslassen. Jetzt, wo sie gewonnen haben, dürften sie auch mal eine deutsche Fahne schwenken, oder nicht? Was sagt ihr? Vielleicht passiert noch was. Gehen wir mal richtig in den Kupf, wir sind dann wieder. Jawohl, nur Chaoten erstmal hier. Die Stadt ist voll. Gut, ist schon eine Weile her. Ist ja schon ein paar zwei. Ist ja schon ein bisschen vorbei hier. Also ein bisschen lange her, als ich hier gefilmt habe vorhin. Da, wo es richtig zu ging. Jetzt ist etwas ruhiger. Trotzdem zeige ich euch nochmal kurz den Kupf, ist ein Dampf. Es geht ja auch um die Leute, um die Unterhaltung mit denen. Es geht ja nicht nur um die Fans. Es geht ja auch um die Fans. Was ist da? Tja. Ja, ja. Geht schon. Hält sich dem Maßen. Vielleicht mal ruhig zur KFC gehen, wäre ich gespannt. Bleiben wir mal hier an der Seite beim Licht. Die Kollegen sitzen ganz entspannt drin im Wagen. Ja, die geben schon ein bisschen Gummi. Da geht mehr. Da geht mehr. Da geht mehr. Ja, da kickt sie mich an. Hat ein Freund drin im Auto, guckt mich an die Frau. Die Jungs verstehe ich mal Deutsch. Naja, ein bisschen was los, ja. Das finde ich immer am besten. Die Frau hat einen Freund drin und guckt mich an. Im Auto. Mann, 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 Mann. Was ist mit der Generation Z passiert? Was ist mit den Leuten passiert? Ja? Ach, da bist du wieder. Der Kollege von vorhin. Was geht, Jungs? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr seht ja, was hier los ist, ja. Deutschland, Mann, lieber. Ja. Copyright, musst aufpassen. Ja, ist vorbei. Ist langsam vorbei. Aber war schön. War schön. War vorbei. Also ist vorbei. War schön aber. Grün. Schau mal kurz hier, was hier so läuft. Was noch sonst noch ein paar Leute? Äh. Ja, jungs. Hey Jungs. Hey Jungs, ist die Luft raus oder was? Nein, ich bin nicht raus. Oh, ich bin nicht raus. Tollischau! Ei Jungs, ist die Luft raus oder was? Sieg für Deutschland! Deutschland! Ihr wisst Bescheid, meine Lieben. Was macht ihr? Geil, geil, geil. Sehr gut, sehr gut, Bro. Ja, der hat mich voll als Asi dargestellt. Wer denn? Wer denn? Wer ist Trimix? Aber Knossi kennen wir, oder? Knossi kennen wir, seien wir uns ehrlich. Bei Knossi sind wir... Hey, Moment! Bei Knossi sind wir uns alle einig, ne? Noch eine Frage, kennt ihr Trimix? Ja, normal! Wer ist das, Digga? Keine Ahnung! Eine Frage, kennt ihr J6? Nein! Du bist J6! Grinch! Grinch sein Papa! Ja, sehr gut. Nee, ich liebe euch, Jungs. Sehr, sehr gut. In Deutschland darf man auch mal fahren. Jungs, haut die Fahnen hoch, Alter. Sonst immer verboten, Alter, weißt du? Jungs, schönen Abend euch. Jungs, macht weiter so. Mach du weiter so. Was ist dann wieder mit Türkei? Dienstag. Dienstag. Wir gehen ausreichend. Können wir kurz ein Selfie machen? Aber wenn die jetzt rausgehen, sind die raus. Warte, ich mach Foto, ich mach Foto. Ey, darf ich auch kurz ein Selfie machen? Auf Süß, na klar, auf Normo. Jan, mach mal kurz ein Selfie von uns. Ja, bitte, bitte. Jan Böhmermann, let's go. Jan Böhmermann. Mach Hand weg von Kamera, Bruder. Mach Hand weg von Kamera, Bruder. Mach Hand weg von Kamera, Bruder. Komm, mach mal jetzt. Spritz ab jetzt. Jetzt komm, gibst mir. Spritz ab jetzt. Komm, komm. Wie geht Lichts ab? Gib her. Mach mal. Ey, Alter. Du kleiner Bastard. Wir sind so geil, die Jungs. Ey, jetzt mach nochmal. Jetzt mach nochmal. Freunde, Generation Z. Generation Z. Superdeutscher, Superdeutscher. Ja, Ball. Jungs, passt auf euch auf, ja. Danke dir. Wir sehen uns im Finale wahrscheinlich mit den Kennecks, ne. Danke, Frau. Alles Gute. Passt auf euch auf, ja. Ciao, ciao. Schönen Abend. So. Sehr gut, wir sehen ja noch ein bisschen, was hier los ist. Ihr seht ja, meine Wenigkeit ist überall. Ist gut jetzt. Deutschland, Deutschland, über alles. Jawoll. Deutschland darf natürlich auch mal. Ciao. So, wir gehen mal ganz kurz zu KFC, würde ich sagen, ne. Oder es hat schon wieder Sendepause. Ist schon zu, wa? Jawoll. Das war's. Das war's. Keine Power mehr. Jungs, what the fuck. Was ist das? Stahl, Bruder. Frau Meckes. Geil. Hast du geklaut, oder was? Ja, hab ich geklaut. Die Arme müssen sein, Bruder. Auch ein guter Mann. Wenn die Arme so sind, wie sieht's auf dem Konto aus? Auch am Scott. Sehr gut, Bruder. Sehr gut. Eine Frage. Kennst du Trimax? Ja. Wie ist das? Streamer. Ist er bekannt, oder? Ja. Kennst du Knossi? Knossi ist cool, da können wir nichts sagen. Den Knossi kann man nichts sagen. Aber wer ist Trimax vielleicht? Ich hab ihn letztens nicht erkannt. Da war er sauer. Warum? Er war sauer auf dich? Ja, stimmt. Ich hab auch ein bisschen cringe gesagt. Warum ist er denn sauer? Ich kenn ihn echt nicht. Ich hab jetzt nur den Knossi Hallo gesagt und ihm nicht. Da dachte ich, was ist das für ein Assi. Geil, Bro. Hat man einen schönen Abend. Ja, besöhn uns. Jungs! Passt auf mich auf jetzt. L-duet oder was? Ja, wahrscheinlich. Du hast eine Frau, Bruder? Du bist gerade mal zwölf. Mach's gut, Jungs. Ciao. Jungs! Das war's meinerseits. Wir sind draußen. Das war's. Der ist zu, oder was? Entschuldigung? Ja. Ist zu. Er sagt, der weiß, oder? Ja, der ist er. Ah, okay. Alles klar. Okay. Bis 0 Uhr. Achoyet. Ich wollte noch ein bisschen was essen, aber jetzt ist vorbei. Schauen wir mal, was da so auf der anderen Seite geht. Eigentlich muss ich schon gar nicht mehr filmen. Wir sind eigentlich durch schon. Da ist nichts mehr. Das war's. Wir fahren nach Hause. Jungs und Mädels. Wir sind draußen. Da, wo ich will zugucken. Bis zum nächsten Video. Das war Deutschland gegen Dänemark. Peace. Mein Name ist J6. Bis zum nächsten Video. Ihr seht. Ich bin da, wo Action ist. Ich bin da, wo Action ist. Ich bin da, wo Action ist. Vielen Dank.